So und hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Lego City Undercover. Jetzt habe ich kein Logo zum Reinzoomen. Perfekt. In der letzten Folge hieß es, wir sollen zum Bahnhof gehen. Wir sind zum Bahnhof gegangen, dann hat die Folge aber geendet. Jetzt geht's weiter. Der letzte Teil ist jetzt auch schon wieder länger her. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, zwei Monate oder so. Und im letzten Teil waren wir... Ich habe keine Ahnung. Ich habe... Im letzten Teil waren wir in diesem Gefängnis hinten. Ungefähr genau... Ich hasse diese Kamera so sehr. Ich so genau da hinten. Und jetzt müssen wir zur Bluebell-Mine. Wahrscheinlich heißt sie einfach nur Bluebell-Mine. Und hier können wir rein. So, wir haben jetzt das Outfit gewessert. Jetzt kriegen wir Wachmann. Ich und Cedric hatten einen sehr großen Content-Überschuss. Also ich weiß auch nicht, ob dieses Video jetzt an diesem Sonntag kommt, wo ich denke, dass es kommt. Weil Cedric hat auf der Arbeit sehr viel zu tun und hat eine riesige Liste an Sachen, die er machen muss. Und dann bin ich halt natürlich der eine, der dann ein Notfallvideo aufnimmt. Und wir wollen hierhin bestätigen. Einfach einen deutschen Bahnzug. Und da sind wir schon da. Ähm... Die Bluebell-Mine. Wo finde ich die? Jetzt ist es direkt hier. Sieht so aus. Okay, die ist direkt hier. Ich komme da hoch. Junge. Okay. Äh. Ihr habt einen Superstein. Also alles gut. Ich glaube, dann gehen wir hier einfach mal rein. Schichtende. Okay, tschüss. Egal, gehen wir rein. Ich suche Clarence Stinkerfletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Kannst sie dich verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Wo in Deibel. Da ist er. Puste ihn weg. Mit dem Dynamit. Good Joke. Du hast zum Kuckuck. Okay. Wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal. Dynamit ist nicht zum Spielen da. Und du. Sieh dir Schutzkleidung an. Okay. Ähm. Schutzkleidung. 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 Hier komme ich rein. Habe ich hier Schutzkleidung? Sieht nichts aus. Ist mir aber egal. Äh. Hier kommen Steine raus. Habe ich mir jetzt einen Schrank und da ist die Kleidung drin? Nee. Natürlich nicht. Das war ja voll unlogisch für dieses Spiel. Hä? Kann ich nicht einfach hier. Yo. Ich kann einfach surfen. Everybody be surfen. Ähm. Ich würde sagen. Guter Schuss. Yo. Digger. Jetzt aber. Schnabulieren wir hier. Yes man. Bergarbeiter. Hier habe ich jetzt. Ähm. Jetzt aber. Dann auf Block. Hier runter. Äh. Rinder. Runter. Und noch mehr Zeugs. Der geht Vollgas. Äh. Kriegt der Dynamit. Das ist der fucking Wending Machine. So. Jetzt. Und jetzt bewegt sich das da. Jetzt baue ich dem die Schienen zusammen. So. Hab doch gesagt. Du sollst dir dein eigenes Dynamit suchen. Ist mir scheissegal. Du hast die Gleise repariert. Beste Freunde für immer. Hallo. Oh gut. Ich werde bereits erwartet. Hallo. Meine Damen. Und meine Herren. Und meine Mitbürger. Auf dieser Welt. Nummer 1. Nummer 2. Ja. Kein Bock. Und Nummer 3. Das ist dann fast nebendran. Dann gönnen wir uns Dynamit. Und stecken es rein. Und laufen weg. Und dann macht es. Okay. Digger. Aber es ist auch nicht schwer. Mich anfällt man hier. Habe ich einen Fallschirm? I doubt it. Oh. Doch. Habe ich den jetzt zu früh gezogen? Oder? Ich habe Leertaste gedrückt. Ich wusste nicht, dass das das macht. Würde ich auch sagen. Bin ich das? Das bin ich. Logo. Ah. Wir bauen eine Seilbahn. Warte. Was bauen wir? Wir bauen einen Seilbahnwagen. Ich habe jetzt mal genug Steine für den Superbau. Aber ich suche hier trotzdem noch. Weil ich habe keinen Bock. Wenn ich den sonst mal brauche. Aber egal. Keine mehr. Oh no. Wo könnte der denn nur sein? Nicht etwa hier unter der Erde. Wow. Ein Superstein. Nein Dynamit. Den wieder hier. Auf locker. Da hoch. Da rechts. Okay. Da runter. Ich will eigentlich hoch. Schnappen wir uns den Polizisten. Wir nehmen den Haken. Wir laufen hier rüber. Wir ziehen die Brücke runter. Oh mein Gott. Äh Feuer. Hat mich da was berührt? Fuck. Hier hat es Feuer. Und wir zünden hier an. Lunte anzünden und Abstand halten. Yes Sir. Ich dachte wir sind der Gute. Aber anscheinend nicht. Was ist das? Nein. Was? Okay. 2 von 4. Diesmal treffen wir. Ja. Oh. Oh. Ja dann kriegt ihr jetzt eine. Hey. Gut gemacht man. Aber ich geh da nicht rein. Aber ich wünsch dir gute Fahrt. Danke. Das wird schon werden. Pass mal auf. Und ja. Ja. Das wird wohl kein gutes Ende oder? Und ja. Na tschüss. Das sollte ihn aufhalten. Spielen wir jetzt Donkey Kong oder was? Warten wir kurz. Oh nein. Dieser. Dann hoffe ich das wir jetzt nicht komplett verkacken. Aber so gut aus. Bro der ist runtergefallen. Oh mein. Scheiße. Der ist jetzt auch runtergefallen. Vielleicht wäre es eine gute Idee nicht in diesen zerkleinerer zerstörten Chase. Wirklich. Oh. Aua. Nein nein du. Ah. Perfekt. Was verliert man hier eigentlich wenn man stirbt? Ich kapiere das gar nicht. Also ist gut. Ich möchte nicht alles verlieren nur weil ich einmal gestorben bin. Ah das ist nix. Ja wir bauen Tomaten oder? Dicke Vollgas. Yes. Ah hallo. Verreck. Ist der jetzt runtergefallen? Er ist runtergefallen. Ich falle auch runter. Alles gut. Ah da ist der vierte Papagei. Tschüssi. Vier von vier. Dankeschön. Freut mich immer wieder. Tschüss. Komme ich jetzt hier unten? Ja. Wir nehmen den hier raus. Oh. Ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde. Hä? Wer ist da? Auf ihn. Haaaaaaah. Ich verstecke das Aufnahmegerät, Boss. Wer von den gefallenen Bruder? Au. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury. Hinter dir. Ah. Oh. Oh. Lass den. Er kann sowieso nichts machen. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Dirk. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erst mal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Oha. Gehen wir jetzt Kung Fu lernen. Kapitel 4. Wenn es hart auf hart kommt. Das ist hier. Der wie ein Fisch. Komm. Gehen wir kurz fischen noch. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Oh. Ich muss e-spam. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Is. Goodbye. Bye. Bau ich hier ein Zelt zusammen. Oder? Was ist abgeschlossen? Ich baue es zusammen. Soll ich dir das abgeschlossen? Ah. Scheiße. Wie viel braucht die? Ah. Ich kann sie schon bauen. Wie wie diese Brücke bauen? Das werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. Bis dahin springe ich hier noch ins Wasser. Ich glaube die Outro-Musik beginnt schon zu spielen. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Oh. 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 Vielen Dank.